Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Dungeons 3, wo wir uns immer noch in Burgers End rumschlagen. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal Schnodderlinge dazugekauft und habe unsere Stärke vergrößert, dass unsere Einheiten ein bisschen mehr Schaden machen. Bin jetzt dabei, eigentlich mit meinem Trupp hier unten anzugreifen. Und wir müssen sowieso Gold und Bösartigkeit sammeln. Ich würde sagen, dann machen wir unseren Raumzug, treiben wir ihn weiter voran. Das ist erstmal das Beste, was wir tun können. Die kommen von uns. Die kommen genau von dort, wo wir es uns gedacht haben. Okay, Bösartigkeit brauchen wir wesentlich mehr. So, jetzt mit den Nagas am Start geht das auch viel besser. Jetzt wo so unsere Truppen heilen. Gerade eben hatten wir keine Zeit, mussten ja direkt den Nahrungskonvoi aufhalten. Jetzt wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, geht das auch. So, die Kisten werden ja produziert. Ich würde gerne neue Räumlichkeiten der Horde auch haben. Und dafür müssen wir die natürlich dann auch erforschen. Als nächstes, die Waschstube, die ist nicht so notwendig. Eine Brauerei. In der Brauerei stehen eure Schnatterlinge für die Orks. Achso, ja, Bier. Gab es doch in Dungeons 2 schon. Aber hatten wir das hier schon? In dem dritten Teil bisher noch gar nicht, oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jetzt in den vorigen Missionen schon eine Brauerei hatten. Ja, unser Versteck ist ganz schön ausgelastet. Achso, hier ist eine langanhaltende Goldquelle. Ja, eine Brauerei. Dann bauen wir die doch einfach mal hier hin. So, in dem Bereich. Ist natürlich doof, dass da die langanhaltende Goldquelle jetzt ist. Bauen wir die halt später dahin. Machen wir erstmal eine kleine Schatzkammer da rein. 15.000. Wird ein bisschen dauern, aber... ...kriegen wir hin. Wie gesagt, machen wir erstmal eine Schatzkammer da raus, damit das Gold hier alles abgebaut werden kann. Und dann machen wir da später die Brauerei draus. Dann sollten wir auch genügend Goldvorräte haben. Das zerstörerische Böse hatte den Essenstransport zerstört, ehe dieser auch nur in die Nähe von Burgers End gekommen wäre. Das höre ich doch gerne. So, zieht euch mal zusammen, heilt euch erstmal eine Runde. Wir gucken nochmal auf die Forschung. Wir wollten ja die Brauerei... ...ja, brauchen wir noch nicht der Vorschein, aber wir machen immer die Tüftlerhöhle. Und dann die Gobobots, die sind auf jeden Fall sehr gut. Dann können wir dann später auch noch ein paar von machen. Wir brauchen aber auch natürlich für die Tüftlerhöhle dementsprechend die Räumlichkeit. So groß braucht ihr jetzt nicht zu sein. Machen wir jetzt mal so. Feinde. Ja, viel haben wir hier jetzt nicht. Vortex machen wir mal und damit kriegen wir dann nämlich auch die nächsten Kreaturen, die dämonischen. Verhöhnen wir das mal und holen uns mal eben ein Impfer zu. Und doch ein. Ach du Scheiße. Die sind ganz schön gut dabei. Müssen wir mal gucken, dass wir die mal ein bisschen auslöschen von denen, dass die nicht so stark in unseren Dungeon kommen. Dem abgestumpften Bösen war es anscheinend egal, dass Thalia schon wieder gestorben war. Obwohl sie sicher zurückkehren würde, sollte es das nächste Mal besser auf sie aufpassen. Oh oh. Und dann loskommt schon. Die mit ihren blöden Türmen angeordnet. Die sind echt stark unterwegs. Thalia können wir noch nicht verbessern. Ein Ork noch dazu. Ja, wir sind momentan halt echt noch nicht so stark. Das ist das Problem. Ich sollte vielleicht nach jedem Transport runtergehen. Ist aber auch Quatsch. Dann ein bisschen noch die ganze Hoch- und Runtermgehen. Ich will ja jetzt eigentlich gucken, dass wir ein bisschen mehr vorstoßen können. Schadensbonus. Episch. Okay. Hol's dir. Na gut, dann hätten wir die Ecke gesäubert. Wir können uns jetzt hier runter wagen. Und da auch ein bisschen Radau machen. Die hätten wir jetzt erst mal besiegt. Waren aber auch nervig genug. So, die Tüfterhöhle. Bauen wir hier hin. Und ja, die Tüftlergeräte. Ist der Raum doch noch zu klein. Habe ich mich ein bisschen vertan eben. Waren wir mal zwei jeweils größer. Dann sollte das hinhauen. Okay, die Goldquelle ist weg. Dann haben wir auch nur noch zwei Aktive. Oh. Was macht ihr denn da? Ihr solltet ihn noch gar nicht angreifen. Ach, Leute. Angreifen solltet ihr noch nicht. Das war so nicht geplant. Nein, zurück jetzt. Sag mal. Darüber, bitte. Der wird es doch bestimmt nicht schaffen, wenn er nicht geheilt wird. Nicht der, der auch schon fast tot ist. Der kann da mal eben kurz den einen auf die Mütze geben. Die lassen aber auch nicht nach. So, haut jetzt ab. Bitte. Im Schneckentempo. Dieses hin und her, ne? Es waren wieder einmal mehrere Essenstransporte nach Burgers End unterwegs. Natürlich würden diese niemals und gar nie nicht ihr Ziel erreichen. Jetzt sind es auch noch zwei. So, halt euch bitte jetzt erst mal. Die anderen müssen jetzt gucken. Es ist Zahltag. Zahltag ist natürlich jetzt auch noch. Dass wir das mal eben schnell hinkriegen. Das bauen wir dorthin. Dann brauchen wir dazu noch die Maschinen. Wie war das nochmal mit dem Drehen? Mit R? Nee, mit O war das mit dem Drehen. So, bauen wir drei Maschinen, damit wir auch Verteidigung bauen können. Dazu brauchen wir aber auch noch natürlich mehr... Gold. Unser Trupp hier müsste schnell raus. Unser Trupp dort... Ihr geht euch mal eben die Heilung holen. Ihr seid ja eh alle irgendwie so ein bisschen angeschlagen. Natürlich wurde der da unten jetzt nicht geheilt, weil er zu weit weg war. Verdammter Mist. Na komm, ihr kämpft jetzt einfach, bis ihr drauf geht. Punkt aus Ende. Versucht noch so viel Chaos wie möglich. Och, das wird sogar nur bewacht. Ist ja ganz ehrlich. Ja, super. Und da nochmal ein Riesentrupp am Start. Okay, seid am falschen Ende. Verdammt. Müsst ihr da unten durch. Hier müsst ihr durch, genau. Nein, nicht dorthin. Aber obwohl, ob das jetzt noch einen Unterschied macht, macht einfach, was ihr wollt. Ihr werdet schnell den hier abfangen. Und hier sind natürlich wieder Feinde mit dabei. Ja, Truppen konnten sie jetzt hier viele vernichten. Das mag zwar stimmen, aber leider haben die jetzt die Ladung nicht aufhalten können. Nach Burgers End ging spontan in Flammen auf. Naja, eigentlich, weil die Kreaturen des grandiosen Bösen ihn angezündet hatten. Hier verstärken unsere Orks nochmal. Ganz dringend sogar. Und wir müssen noch einen Raum für unsere Dämonen machen. So viel zu tun, so wenig Zeit. Raum für die Dämonen. Wo bauen wir den denn hin? Rein theoretisch könnten wir den hier mit hin machen. Dann machen wir das hier mal eben zu. Dann haben wir da nämlich einen guten Raum. Ach, die haben es tatsächlich noch überlebt. Welcher ein Wunder. Aber die schaffen es ja auch niemals darüber, den aufzuhalten. Ach nee, da sind doch schon wieder die Nächsten. Scheiße. Ob wir das überhaupt schaffen werden, den noch aufzuhalten, ist die Frage. Ach, da oben sind auch noch welche. Willst du mich eigentlich vollkommen verarschen? Das schaffen wir doch nicht. Ach man, ärgerlich. Ich war zu übereifrig. Jetzt habe ich hier zwei Wege. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bösartigkeit brauchen wir noch mehr. Ja, Gobobot würde ich auch ganz gerne haben. Wir brauchen jetzt erst mal zwei Nagas. Äh, zwei, drei, vier, fünf Orks, drei Imps. Können wir bitte damit aufhören, Thalia sterben zu lassen? Ich meine, sie wieder zu beleben ist jetzt nicht schwierig. Aber ihre Frisur wieder so hinzuföhnen, treibt die Stromrechnung wirklich in astronomische Höhen. Ja, aber da können wir jetzt gerade leider nichts dran ändern. Ich würde sie hier auch nicht sterben lassen, aber... Es ist gerade nicht so einfach in dieser Mission. Es ist gerade echt nicht so einfach. Können Thalia noch stärker machen oder mehr Kreaturen? Und ich finde mehr Kreaturen sinnvoller. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Ey, jetzt greifen sie auch noch an. Also das ist jetzt gerade echt unnötig. Wenn ich die jetzt gleich abfangen will... Da komme ich gar nicht lang, ne? Scheiße. Die kommen durch. Da kann ich machen, was ich will. Ich müsste unten angreifen lassen. Nicht einmal der Tod kann mich stoppen. So, da hätten wir die besiegt. Schnell runter. Aber die schaffen wir nicht mehr, die aufzahlen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Zahltag haben wir jetzt auch noch. Die gierigen Kreaturen. Ich bin die Königin des Bösen. Ach hier. Da waren wir nicht eben schon auf dem Faden. Das dauert zu lange. Einfach mal. Ihr stürmt da einfach mal durch. Ich bin das Böse. Während ihr versucht dann, die Gutentdeckung zu geben. Nein, ihr sollt durchstürmen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ah, das schaffen wir nicht mehr, verdammt. Wieder einmal hatte das nur noch Mitleid in mir hervorrufende Böse es nicht geschafft, alle Transporte nach Burgers End aufzuhalten. Welch eine Schmach. Ja, das ist in dieser Mission aber auch ein bisschen unübersichtlich, muss ich gestehen. Das fängt da schon so komisch an, wenn man weiß, wo man hin muss, wenn man die Wege kennt, dann ist das ja kein Problem. Aber wenn man die Wege nicht kennt, dann ist das doch ein bisschen doof gemacht am Anfang. Zumindest räumen wir jetzt ein bisschen die Oberfläche auf. Das ist ja schon mal ein kleines Genugtuung. So, jetzt kommen wir mal zu den Rolllichkeiten zurück. Wir hatten ja zuletzt die Tüftlerhütte. Ich möchte jetzt gerne die Gobobots haben. Pfeilen natürlich auch, damit das auch mal vorangeht. Wir brauchen mehr Bösartigkeit. Dann werden wir dafür sorgen, dass wir mehr Bösartigkeit bekommen. Wie gesagt, Pfeilen können wir auch machen und Türen, die mache ich auch schon mal. Und unsere Räume effektiver machen. Indem wir die nämlich schließen. So. Nachdem wir das jetzt dann erst mal gemacht haben, können wir die Pfeilen setzen. Automatische Pfeilen. Und dann natürlich noch die... Nein, die wollte ich noch genau. Diese Pfeilen. Und jetzt haben wir schon kein Gold mehr. Gut, die eine Goldquelle ist jetzt auch versiegt. Dann müssen wir mal schauen, dass wir hier langsam ein bisschen mehr abbauen. Was ist das? Lebensregeneration. Normal. Okay. Ich schmeiße es da hin. Der Arbeiter hat es direkt geholt, weil es ist ähnlich wie die Bücherei hier. Die holen sich dann automatisch. Ich wette jetzt gleich, können wir dann wieder Feinde im Dungeon, weil wir dann Spinnen erweckt haben oder derartiges. Hier kommen wir noch nicht rein. Hier sollen wir anscheinend nicht durch. Genauso wenig wie da. Da müssen wir hier einmal rumgehen. Jetzt können wir es ja. Jetzt ist der Feind ja auch besiegt. Wir könnten auch da oben lang gehen. Müssen wir dann wohl auch nochmal... Wir machen erstmal unten das Gebiet. Ich könnte auch da einfach rumgehen. Ja gut, das geht. Dann ist das ja kein Problem, also da alles abzusuchen. Na gut, dann machen wir erstmal die hier platt. Au! Gold sollten wir jetzt eigentlich dadurch genügend finden. Hinten die Schatzkammer kann dann wieder weg. Die brauchen wir nicht mehr. Und wir haben ein neues Gebiet der Bösartigkeit freigeschaltet. Sehr gut, dann geht das auch mal ein bisschen schneller voran. Hier vorne sind noch weitere Feinde. Unten ist so ein Stützpunkt, von wo die Feinde auch spawnen. Müssen wir auch wenn nicht... Spinnen haben sich im Untergrund gleich gemacht. Ich hab's doch gewusst. Ich wusste, das kann nicht lange gut gehen. Ähm... Ja, müssen wir mal unsere Kreaturanzahl erhöhen. Zwei weitere Kreaturen. Machen wir doch mal zwei Gobobots. Ach, die müssen erst zu Gobobots werden, ne? Neuschein, wenn er zerstört wird, kann er sich in Goblin-Pilot retten und fliehen. Ich glaub, die müssen dann erst die Sachen erstellen jeweils. Ich hab da vorhin leider nicht ganz zuhören können, weil wir mitten im Kampf waren und unter Zeitdruck. Da fiel's mir dann ein bisschen schwer. Zeitag nun auch noch. Kreaturen sind unglücklich, weil er nicht gut sollt. Aber komm, das kriegen wir hin. Vernichten wir eben die. Und sichern dann die Taschen. Transporte machten sich auf den Weg nach Burgers End. Natürlich würde das unersättliche Böse diese niemals dort ankommen lassen. Unser Dungeoners wird angegriffen. Und wir haben kein Gold im Ernst jetzt. Ach, Leute. Wir haben grad ich so gar kein Gold am Start. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Ich weiß es leider. Ähm. Boah. Es spitzt sich mal wieder zu. Die Lage wird dramatisch. Und ich würde sagen, ob wir das schaffen können oder nicht, das sehen wir in zwei Tagen in einer neuen Folge von Dungeons 3. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.